Instanthaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Warten wir hier halt auf. Instanthaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Tierische Anziehungskraft sollen wir in Patienten hallen. Was ist das, weil die Leute kommen? Aber das ist eh jetzt eine. Starten. 209 haben wir noch. Instanthaltungsdurchsage. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. Schalldruck, Silbersternbrunnen. Müffel. Kann man einiges? Kann man. Kann man. Kann man. Kann man. Kann man. Ist ja gut einfach. Wiss ich. Kann man. Kann man. Kann man. Kann man. Kann man. Das ist doch wirklich wurscht. Spitzenverwaltung. Examen, lass uns auch die Wege lernen. 30.000 gemacht? Ein Krankenpfleger wird zur Frakturstation gebeten. Die Scanner laufen ganz gut. Muss jetzt bald eine Reparierer auch kommen. Ja, auch. Kann doch nicht überfordert sein. Schauen wir mal. Und ich bringe euch Musik, Sonnenschein und ein wenig guten alten Charme hier auf Radio Two Point. Und wir starten mit einem richtigen Hammer-Song. Ein Krankenpfleger wird der Fraubtherapie verlangt. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das Jahr ist fast vorüber. Beste Forschung. Eine schöne Sache. Okay. Eine Assistenz zur Aufnahme, bitte. Achtung, Promi. Bitte priorisieren Sie den Unterhaltungswert für unseren Gast über das Wohlergehen der Patienten. So. 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 Wahnsinn wie viele Ärzte. Also ich werde jetzt noch mal ein bisschen einstellen. Dass man Radiologie kann. Das ist auch gut. Grunddiagnostik. Es ist halt wirklich viel los jetzt auch schon hier. Und was haben wir jetzt an Patienten? Patienten? Das ist 76 einmal. Und natürlich. Kann sagen. Zwei. Lernen. Da schon. Ein Hausmeister wird zur Reparatur der Ultraschallkanone benötigt. Hier brauchen wir Misscure. Vollarm. Ja. Schon. Wir bitten Patienten dringend, die bereitgestellten Toiletten zu benutzen. Hier habe ich welche. Wir gucken jetzt auch ein bisschen an dem. Oh, ein Hausmeister. Was pack ich das nicht? Ein Arzt wird in der Forschungsabteilung benötigt. Jetzt mal. Zwei weiter. Wahr bringen. So. So. Keine Kreditschulden. Das heißt, da haben wir nichts zum Abbezahlen einmal. So. Objekte. Körper. Oh. Die Automaten. Bänke. Ich nehme die Bänke eine schöne... ...sonne Blumen. Schaut euch. So. Terminarztpraxis. Wahnsinn, was da los ist. Ich kann gar nicht so viele Patienten abfertigen, anscheinend wie kommen. Ja, erster Stand dauert. Ein Arzt wird in der Arztpraxis benötigt. Ich muss noch eine Aufnahme machen. Die werden darüber fast nicht benutzt, oder? Halbwinnigen Tränen. Ich habe zum Sprenger, da ist gerade viel los. Ja. Naja. Mhm, mhm, mhm. Ja, haben wir nicht geschafft. Die sind ganz wichtig. Mal durchziehen. Kälte ist gut unterwegs. Krankenpfleger. Mal durchziehen. Schreckautomaten müssen manuell aufgefüllt werden. Gut, wir beschleunigen. Drei fehlen uns noch für den ersten. Und es wird wieder Zeit für die Nachrichten. In einem Kraftwerk der Meltdowns wurde ein Leck entdeckt. Die Polizei ließ vermelden, dass sie wahrscheinlich das gesamte Gebiet im Umkreis evakuieren müssen. Klingt für mich eher so, als ob da ein paar Leute jetzt für eine Weile gratis Urlaub nehmen können. Echte Glückspilze. Was ist denn? Ich glaube, er trifft. Farbtherapie. Schon so viele Sachen. Wahnsinn. Wir bitten Patienten dringend, die bereitgestellten Toiletten zu benutzen. Weiterbildung abgeschlossen. Okay, man kann das ja auch noch total. Patiententreffen jetzt an der Amphitheke ein. Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Einmal Bar. Kann ich zu viel haben? Ein Arzt zur Topferei, bitte. Ja. Sehr schön. Gut unterwegs.